Und die kann sich jeder, jeder Insolvente von uns leisten. Richtig geil. Yo, was geht ab Leute? Ich bin back auf dem Bike. Ihr seid gerade quasi live bei der ersten Probefahrt dabei, nach meinem Crash. Ich hoffe, ich maule mich heute nicht schon wieder. Wäre nicht so geil. Ich fahre jetzt eine kleine Runde, ich muss einfach mal eine Runde drehen. Ich habe gestern Abend vorne noch den, wie nennt man es, Kotflügel-Fender lackiert. Habe den jetzt gerade dran geschraubt. Also der Lack ist noch gar nicht durchgehärtet. Aber ich muss jetzt eine Runde fahren. Ich darf halt nicht schnell fahren, wenn da Steine gegenknallen oder so, ist das halt im Arsch. Aber eine kleine Runde durch die Stadt sollte kein Ding sein. Das Klappern, was ich hatte nach dem Sturz, ist auch weg. Das war einfach nur das Lenkerende, was locker war. Also dieser Pinöppel hier. Wir werden jetzt erstmal ganz entspannt diese Reifen einfahren. Ich habe nämlich echt gar keinen Bock, mich heute schon wieder auf die Fresse zu legen. Ey, das muss echt nicht sein. Hat auch gut Kohle gekostet, der Scheiß. Oho, ein Bruder. Es geht ab. Ich muss jetzt auch erstmal darauf klarkommen, mit zwei Fingern zu kuppeln. Ich habe ja vorher immer quasi die ganze Hand benutzt. Maschallah. Es war schon wieder arschkalt heute. Gestern waren 17 Grad, heute wieder 8 Grad. Ja, moin. Kann sich das Wetter mal entscheiden. Richtig für den Arsch. Morgen soll wieder regnen. Ich habe mir gedacht, wir fahren eine Runde und ich werde jetzt gleich auch mal irgendwo anhalten. Und dann checken wir mal einmal das Bike aus. Weil auch einige gefragt hatten, was ich jetzt für Bremshebel fahre und was das für Spiegel sind und so. Und da werde ich gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich hoffe, ich habe alles festgeschraubt. Ich habe echt Angst zu sterben. Ah, ist das geil, Alter. Geht mir direkt einer ab, ey. Leute, ohne Scheiß, die Spiegel, die ich dran habe. Also, ich sehe nichts. Also, nicht viel. Ich sehe, dass hinter mir ein Auto steht, okay. Aber wirklich viel sehen tut man nicht. Aber die Spiegel sehen so geil aus. Ohne Scheiß, die sehen so Porno aus. Werdet ihr gleich sehen. Ihr kleinen, ihr kleinen Süßen. Mein Gott, jung, Alter. Was ist denn jetzt hier? Ey. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht. Digga. Überall Fahrschule. Fahr, ja. Die hat keinen Schulterblick gemacht. Ich habe das gesehen. Oha, hier ist 10, ja. Am Minakäum. Aber die fahren 6. Digga, Alter. So, ich halte jetzt an. Und dann zeige ich euch die schönen Spiegel und die schönen anderen Sachen. Wenn die scheiß Fahrschule mal fährt. Ach, Mann, Alter. Hier ist doch gut. Hier ist perfekt. Aminakäum. Senalko. Achso, die Teile, die ich euch jetzt zeigen werde, meine Freunde. Diese Teile. Das ist keine Werbung. Ich habe die alle selber gekauft. Und ja, ich zeige euch die einfach. Ich drehe mich jetzt um. Drei. Zwei. Eins. Tada. Bam. Bam. Da ist sie. Fertig lackiert. Fertig repariert. Alles wieder ganz. Nur noch ein bisschen dreckig. Aber egal. So, was haben wir gemacht? Ich habe natürlich das komplette Heck jetzt einmal erneuert. Das ist ja nach dem Crash relativ kaputt gewesen. Muss ich euch ja jetzt nicht im Detail zeigen. Wo ich selber sehr stolz drauf bin. Ich habe das Lenkerende hier. Das war ja richtig vermarkt. Und das habe ich einfach mit einer Pfeile wieder plan geschliffen quasi. Und dann habe ich das einem Bekannten gegeben. Der hat mir das Pulver beschichtet. Jetzt sehen die einfach wieder aus wie neu. Richtig geil. Und in dem Zug habe ich auch einmal hier die Sturzpads schwarz gemacht. Die waren ja vorher weiß. Sieht auch einfach nochmal ein bisschen frischer und neuer wieder aus. Wie gesagt, die ganzen Teile, die werde ich unten im Video verlinken. Da könnt ihr dann gucken. Ach so Leute. Mir fehlen übrigens hier die Blenden. Da waren ja, da kommen ja ursprünglich die Sozius Fußrasten raus. Und die gibt es nicht mehr zu kaufen. Falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der welche hat, ich würde die abnehmen. Egal welche Farbe. Danke. So Leute. Jetzt kommen wir zu den Spiegeln. Und die habe ich einfach durch Zufall gefunden. Über Google. Ich war erst auf irgendeinem China-Laden. Und dann habe ich durch irgendeinen Link habe ich die gefunden. Auf jeden Fall habe ich die bestellt. Weil die haben einfach nur beide zusammen einfach nur 35 Euro gekostet. Richtig krass. Und jetzt kommt das Krasseste. Die sind halt auch einfach aus Aluminium. Also auch ultra stabil. Selbst nach meinem Sturz waren die nicht verbogen oder so. Der Spiegel war halt gerissen. Aber ansonsten war da so gut wie gar nichts dran. Die kann man halt so in der Höhe verstellen. Es hat Höhe. Keine Ahnung. Man kann die auf jeden Fall so verstellen. Und man kann die auch so verstellen. Aber das geht nur, wenn man die am Montieren ist. Also man muss quasi bei der Montage gucken, dass einem der Winkel schon gefällt. Weil dann muss man die quasi schon festziehen. Und im Nachhinein kannst du dann halt nur noch so verstellen. Mich haben einige gefragt. Tito, sind die Spiegel legal? Und nö, die sind nicht legal. Aber für 35 Euro habe ich mir gedacht, komm Arschlecken. Die knallt sie trotzdem dran. Einfach aus dem Grund, weil es nahezu die identischen Spiegel gibt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Hersteller heißt. Auf jeden Fall gibt es die nahezu identischen Spiegel. Von einem, ich glaube es ist sogar ein deutscher Hersteller. Ist auch scheißegal. Weil auf jeden Fall kriegt man die da mit E-Nummer. Straßen zugelassen. Für 450 Euro. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen. 450 Euro für ein paar Spiegel. Das sehe ich nicht ein. Gerade halt jetzt auch, wenn ich darüber nachdenke. Hätte ich diese Spiegel schon dran gehabt, als ich mich gemault habe. Also die teuren Spiegel. Die wären jetzt einfach im Arsch. Und so konnte ich mir einfach für 35 Euro neue kaufen. Fertig. Ja, also. Spiegel sind nicht legal. Aber wenn man angehalten wird, dann muss man eigentlich in der Regel nur eine Strafe bezahlen. Und die beträgt 15 Euro. Also kann man ja abwägen, ob man 450 Euro für Spiegel ausgibt. Oder einfach vielleicht ein, zweimal im Jahr ein Knöllchen über 15 Euro für nicht straßenverkehrs zugelassene Spiegel. Ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich habe sie bei Amazon bestellt. Sprich, theoretisch könnt ihr euch die auch kaufen. Und die kann sich jeder, jeder Insolvente von uns leisten. Richtig geil. Link ist in der Videobeschreibung. Die Bremshebel sind von Raximo. Link stelle ich auch rein. Muss ich jetzt nicht großartig was zu erzählen. Habe ich eh keine Ahnung. Von die kann man auf jeden Fall hier einstellen. Sehr toll. Muss ich mal gucken, wie ich dazu brauche. Lasst gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Wie gesagt, alles was da unten so rot ist, habe ich selber lackiert. Leider ein, zwei Läufer drin. Also die hier sind tipptopp geworden. Aber hier sind ein, zwei Läufer drin. Hier ist einer. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Es ist halt je nachdem, wie das Licht drauf fällt, sieht man das. Aber im Großen und Ganzen sind die echt gut geworden. Ich bin zufrieden. Also schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr die Spiegel findet. Wie ihr dazu steht. Und wie ihr mein Bike so findet. Ich weiß, Rot-Weiß ist immer Geschmackssache. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ja Leute, und somit würde ich sagen, bin ich raus für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne noch ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.